Nee, oder? Dafür gibt er Geld! Dafür gibt er Geld! Das ist doch, du kaufst, der Schiri! Sag mal, hast du neue Klamotten? Wer kann, der kann! Und Sie können auch! Und zwar ordentlich sparen! Mit einer neuen Bosch Hybrid Heizung bekommen Sie zum Beispiel 10.000 Euro vom Start und sparen bis zu 3,4 Tonnen CO2. Das ist Klimaschutz mit Heizungen von Bosch.